Gut, dann lasst uns auch direkt in den heutigen Newsletter rein starten. Und zwar beginnen wir zunächst mal mit der aktuellen Sellpressure, die wir jetzt die letzten paar Tage gesehen haben. Dann geht es weiter mit einer ziemlich gruseligen Statistik, was Kryptowährungen angeht, insbesondere die ganzen Altcoins. Danach eine, ich würde mal sagen, ziemlich bullische Statistik, was Ether angeht. Gerade wie viele Ether mittlerweile in den ganzen Smart Contracts weggeloggt sind. Die derzeitige Aufteilung aller Bitcoins, was ich ebenfalls ziemlich interessant finde. Dann ein paar aktuelle Statistiken, was die Entwickler im Kryptomarkt angeht. Das Zitat der Woche, die wichtigsten Deadlines und wie immer gilt, alles ab meinem Portfolio teile ich nur meinem Newsletter. Falls Sie das ebenfalls interessiert, dann einfach unten gratis eintragen. In dem Newsletter teile ich zudem noch einen Trick, wie du beispielsweise Netflix oder Spotify und so weiter alles für unter 4 Dollar pro Monat bekommen kannst. Gut, dann lasst uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten, der aktuellen Sellpressure. Und zwar kam am Montag die News heraus, dass die Entschädigung von Mt. Gox, also der Exchange, die im Jahr 2014 gehackt wurde, bereits in den nächsten paar Monaten stattfinden sollen. Und festhalten, die geschädigten sollen seit jetzt 200.000 Bitcoins bekommen, die einen derzeitigen Marktpreis haben von ungefähr 8 Milliarden, was dann eben potenzielle Sellpressure ist. Du hast dann auch sicherlich gesehen, dass die Kryptopreise danach zunächst mal gefallen sind. Und natürlich ist es auch purer Zufall, dass so eine News natürlich erst nach dem Launch von den ganzen Spot-ETFs entsprechend rauskommt und nicht irgendwie kurz davor. Das ist natürlich alles rein zufällig. Zudem wurde auch veröffentlicht, dass FTX Anteile von GraceGase Bitcoin-ETF verkauft hat, im Wert von einer Milliarde, was kurzfristig natürlich auch eher bearish ist. Jetzt langfristig betrachtet würde ich allerdings sagen, dass es im Allgemeinen eher positive News sind. Auch das mit Mt. Gox, weil lieber findet der Abverkauf früher statt, anstatt später dann zum parabolischen Move. Rein historisch betrachtet kommen die größten Korrekturen des solchen Events auch selten durch den tatsächlichen Verkauf, also die tatsächliche Sellpressure, sondern das Einpreisen davon, was wir jetzt beispielsweise erst am Montag gesehen haben. Und sowas kommt auch im Allgemeinen im Bullrun relativ häufig vor, wie du hier beispielsweise in diesen Charts hier erkennen kannst. Und zwar werden hier alle historischen 20% Korrekturen dargestellt von den vergangenen Bullruns, angefangen von 2011 bis 2013, wo es in Summe 19 verschiedene 20% Korrekturen gab, und zwar durchschnittlich alle 41,5 Tage. Ich habe dir dieses Chart auch hier nochmal in Zahlen aufgelistet, also das, was ich dir gerade schon gesagt habe. Ja, beispielsweise hier im Bullrun 2015-2017, da gab es 17 verschiedene 20% Korrekturen durchschnittlich alle 64,4 Tage. Dann im Bullrun 2020-2021, da gab es 8 verschiedene 20% Korrekturen durchschnittlich alle 70 Tage. Und hier in diesem Bullrun bisher vier Korrekturen, wobei auch dieser Bullrun hier gezählt wird ab dem Jahr 2022, was ich ein bisschen eigenartig finde, sondern primär würde ich wahrscheinlich sagen, Bullrun hat gestartet irgendwann mal Ende, also wenn man nur den Preis anschaut, könnte man sagen Anfang 2023. Aber ja, dass hier 2022 noch dazu zählt, finde ich persönlich ein bisschen eigenartig. Denn jetzt so eine eher, ich würde mal sagen, gruselige Statistik, und zwar seitdem es CoinGecko gibt, sind satte 58% von allen Kryptowährungen gescheitert, also mehr als 14.000 Kryptowährungen. Also das sind zumindest die Coins, die mittlerweile von CoinGecko in der Kategorie Dead oder Fade gelandet sind. Und hier siehst du das Ganze auch nochmal bildlich dargestellt, wie viele Kryptowährungen in welchem Jahr entsprechend gescheitert sind. Und wie du auch hier siehst, im Jahr 2021, ja, da hat es schon ziemlich reingehauen. Heißt auch gleichzeitig, und das habe ich mal kurz ausgerechnet, dass pro Tag ungefähr durchschnittlich sieben verschiedene Kryptowährungen, die bei CoinGecko gelistet sind, entsprechend scheitern. Denn jetzt zu einem ziemlich bullischen Chart, was Ether angeht, und zwar ist mittlerweile satte 34% von allen Ether in Smart Contracts weggelockt. Das ist hier diese blaue Linie, Tendenz steigend, und das, obwohl das Angebot in der Zwischenzeit sogar geschrumpft ist. Und das kombiniert mit der Tatsache, dass die Anzahl der Ether auf den Exchanges immer mehr abnimmt. Also ja, wenn dann mal die Nachbarung bei mir rankommt, dann kann es ordentlich scheppern, sage ich mal. Und deshalb gehe ich persönlich auch stark davon aus, dass wir wahrscheinlich in diesem Zyklus bei Ether auch Preissprünge sehen werden, die für die Marktkapitalisierung, also für Ethers Größe, eigentlich relativ untypisch sind. Einfach nur deshalb, weil das Angebot von Ether so knapp ist und in Save-Life sogar noch immer knapper wird und sogar noch zusätzlich das Restaking jetzt erstmal Fahrt aufnimmt und natürlich noch diesen Effekt hier nochmal deutlich mehr verstärkt. Denn jetzt zu einem interessanten Chart, was die Aufteilung von Bitcoin angeht. Und zwar, wenn du dir das hier mal ein bisschen genau anschaust, dann stellst du fest, dass mittlerweile mehr als doppelt so viele Bitcoins verloren wurden im Vergleich zu allen Unternehmen und allen Institutionen und allen Regierungen, die entsprechend Bitcoin halten. Und ja, dieser kleine Part in DeFi, der hier angezeigt wird, der ist doch eher lachhaft klein. Also da wird es auf jeden Fall sein, dass da mal die ersten wirklichen DeFi-Use-Cases auf Bitcoin kommen, wo doch beispielsweise Rap-Bitcoin mehr genutzt wird. Denn jetzt ein paar interessante Statistiken, was die Entwickler im Kryptomarkt angeht. Und zwar ist die Anzahl der aktiven Entwickler im Jahr 2023 sogar um 24% gefallen, was jetzt grundsätzlich nicht unbedingt das ist, was wir sehen wollen. Wenn du dir stattdessen die Anzahl der langjährigen Entwickler anschaust, also die Entwickler, die bereits mehr als ein Jahr dabei sind, dann ist die Zahl sogar um 16% hier angestiegen, was definitiv positiv ist. Und nach der allgemeine Trend ist immer mehr zunehmend. Den Statistiken zufolge hat auch Ethereum die mit Abstand meisten neuen Entwickler im Jahr 2023 dazugewonnen. Hier sind mal die Top 3 aufgelistet. Mit Ethereum ungefähr 16.700 neue Entwickler, die dazugekommen sind. Polygon mehr als 6.000. Solana knapp 6.000. Wie du hier siehst, Ethereum im Vergleich zu den anderen Chains ist kein wirklicher Vergleich. Die Namen sind leider so klein, dass man die hier kaum erkennen kann. Aber hier ist beispielsweise Bitcoin, also wie du siehst, mit ungefähr 1.800. im Vergleich zu Ethereum mit ungefähr knapp der 10-fachen Anzahl. Und ja, wie oft habe ich jetzt in den letzten paar Monaten auf Twitter gelesen, dass Ethereum angeblich tot sei und Solana jetzt das Ruder übernimmt. Ja, wenn man sich mal hier die aktuellen Statistiken anschaut, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Vor allem auch, wenn man sich die Statistik anschaut, dass mittlerweile 9 von 10 Multi-Chain-Entwickler tatsächlich mit der EVM, also der Ethereum Virtual Machine, entsprechend arbeiten. Denn jetzt noch zum Zitat der Woche, was ich als YouTube-Kommentar gelesen habe, und zwar Bitcoin isn't crashing, it's going on sale. Und damit zu den wichtigsten Deadlines, und zwar sind es mittlerweile nur noch ungefähr 83 Tage bis zum Bitcoin-Harving-Gewan, irgendwann mal Mitte April, ungefähr 118 Tage bis zur potenziellen Zulassung von den ETHR-Sport-DTFs, irgendwann mal Mitte bis Ende Mai und ungefähr 21 Monate bis historisch gesehen tatsächlich irgendwann mal das P-Kommentar irgendwann vermutlich November 2025. Mein eigenes Portfolio und auch meine eigenen Strategien teile ich mir immer noch mal ein Newsletter. Falls Sie das ebenfalls interessiert, dann einfach unten gratis eintragen, dann bekommst du das künftig ebenfalls zugeschickt. In dem Newsletter teile ich zudem noch einen Trick, wie du beispielsweise Netflix für unter 4 Dollar pro Monat bekommst oder beispielsweise Spotify für 3,33 Dollar, Disney Plus für 2 Dollar, Office 365 für knapp 3 Dollar, YouTube Premium für unter 3 Dollar. Also das kann sich definitiv lohnen, falls Sie das interessiert, wie gesagt, unten einfach eintragen. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, es gibt eventuell einen potenziellen Airdrop bei Rebi, also meiner favorisierten Web3 Wallet, die aus meiner Sicht einfach 2 bis 3 Klasse besser ist als die MetaMask. Falls Sie das interessiert, dann schau mal bei mir auf Twitter vorbei oder auch beispielsweise bei mir auf YouTube und der Community. Dort habe ich entsprechend mehr Details gepostet. Du findest auch den Link dazu hier in meinem Newsletter. Also hier in meinem Newsletter.